Ja, herzlich willkommen zu einem Electronic-Window-Vortrag. Freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Und ja, ich will direkt mal vorgreifen, was eigentlich das Ziel ist unserer Community, nämlich diese ganzen Hack-Spaces, Makerspaces, Hack-Bases, Fab-Labs, die es mittlerweile gibt, besser zu vernetzen. Meistens weiß man ja nicht mal, was in der nächsten Stadt überhaupt so passiert und kann sich dementsprechend auch nicht so gut austauschen. Und naja, wir könnten halt viel größere Projekte stemmen, wenn wir irgendwie lernen, besser zusammenzuarbeiten und Verbindungen knüpfen zwischen Menschen mit Technik und irgendwas tun, um diese Kommerzialisierung der Maker-Szene aufzuhalten und das für uns selber zu bemächtigen oder so. Ja, einige von euch fragen sich sicherlich, was ein elektronisches Fenster überhaupt ist. Das ist schnell erklärt. Es ist im Prinzip sowas wie Skype, nur halt als Box an der Wand mit freier Software. Und der Hauptunterschied zu Skype ist, dass man die Leute, die man da sieht oder kennenlernt, vorher nicht kennen muss, weil diese Fenster sind immer zwischen zwei Spaces installiert. Und ja, jetzt habe ich ja einmal diesen mobilen Testaufbau dabei, wo wir gerade aufgrund eines völlig unerklärlichen Bugs das Rosenwerk in Dresden nicht sehen, aber hören. Und die hören uns auch. Schien zumindest so eben. Ja, sag mal, was macht die... Er lügt nicht. Er hat recht. Ja, cool. Vielen Dank. Genau, es gibt mittlerweile zwei von diesen Fenstern in Dresden und eins im Potsdam, im Freiland. In München haben wir einen Workshop gemacht, da haben wir jetzt vier Spaces mittlerweile, so ein Window. Und jetzt eventuell schaffen wir es noch, die Hillhacks Hackbase irgendwo im Himalaya-Vorland zuzuschalten. Hier live auf die GPN 2017. Ja, ich fange mal an, was von diesen Projekten überhaupt die Anforderungen waren. Also die Software ist noch nicht ganz fertig, aber eignet sich jetzt so allmählich für so eine Vorführung. Und im Moment muss man halt noch Kommandos eingeben und das Ding manuell starten. Das Ziel soll sein, dass man wirklich so ein Gerät hat, wo drei Knöpfe dran sind. An-Aus, Nächster und keine Ahnung, Klingel. Das müssen sich dann die User-Interface-Experten noch überlegen. Ja, da gibt es also noch was zu tun, aber an sich läuft das Ganze auf dem Raspberry Pi und vermeidet auch, soweit es geht, irgendwelche zentralen Server. Und ja, dass die Vermindung verschlüsselt sein soll, muss ich nicht weiter sagen. Freie Software. Ja, an dieser Stelle den letzten Punkt mit der Verschlüsselung können wir quasi direkt abhaken. Da habe ich eine Software von meinem guten Freund Zocker genommen. Die nennt sich PeerVPN und die kümmert sich schon selber um die Konnektivität, also hinter irgendwelchen Routern per Hole-Punching oder Relaying eine Verbindung herzustellen. Und damit wird dieses Videotelefonie-Thema schon mal ein ganzes Stück einfacher. Ja, und zu der Entscheidung vom Raspberry Pi als Videochat-Plattform. Die Dinge haben halt den Vorteil, dass sie unglaublich billig sind und in jedem Hackerspace bestimmt ein Dutzend davon ungenutzt rumliegen. Und die können tatsächlich in Echtzeit H2.6.4 codieren. Und das kann man auch auf Linux tatsächlich nutzen, nicht nur mit irgendwelchen binären Endvoid-Blobs, wie das bei anderen Devices der Fall ist. Man kann so eine Pi-Kamera per CSI-Connector anschließen und mit dem Audio hakt es halt so ein bisschen. Also ich habe das hier mit der Pi-Kamera geschrieben, USB-Webcam würde auch gehen, aber nicht gleichzeitig mit dem Audio über USB. Das gerät dann schon an die Grenzen dieses kleinen Geräts. Deshalb ist unser Ziel, da so ein Speakerphone-Shield zu entwickeln für das Pi, um diese Audio-Funktionalität nachzurüsten und das zu einer vollwertigen Videotelefonie-Software auszubauen. Aber ansonsten läuft die Software, die wir verwenden, natürlich auch auf einem normalen Linux-PC. Ja, angefangen hat diese ganze Geschichte im November 2015 auf dem Treffen bzw. der Jahresmitgliederversammlung des Verbundes Offener Werkstätten. Das klingt ein bisschen trocken, ist aber tatsächlich so ein bisschen wie der große Kongress, aber für Maker. Und es waren ungefähr 200 Leute eine Woche in Dresden, haben so alles Mögliche gewerkelt. Und da war ich zufällig auch da und habe diese Idee vom e-Window kennengelernt, von der Lorenza aus Italien, die hier im Bild auch zu sehen ist. Und dachte mir, ja, das ist ja voll einfach. Da installiere ich einfach irgend so eine Video-Chat-Software so wie Linfone oder Akiga auf dem Pi und skripte mir irgendwas, dass die Verbindung automatisch aufgebaut wird. Ja, Pustekuchen. Also so richtig funktioniert nichts von dieser Software. Hauptsächlich, weil die halt nichts von dieser Video-Beschleunigung weiß und diese speziellen Schnittstellen dafür nicht benutzt. Das schließt auch diese ganzen Web-RTC-Geschichten ein, wie irgendwelche HTML5-Ups, die man im Chromium-Browser schreiben kann. Das läuft sogar erstaunlicherweise auf dem Pi 3, ist aber nicht toll. Und ich wollte mal kurz erwähnen, was eigentlich mit diesem Web-RTC-Standard auf sich hat. Kurze Umfrage, wer von euch hat schon mal davon gehört oder weiß ungefähr, was das ist? Okay, einige, aber nicht alle. Eine Web-RTC ist eine HTML5-Erweiterung, um so Video-Chat-Geschichten als Web-App im Browser zu bauen. Und was wir da gemacht haben, ist im Prinzip einfach diesen existierenden SIP-Standard, der relativ viele Protokolle zusammenschichtet. Hier ist das so angedeutet. Also das wäre quasi hier die rechte Kolumne, der rechte Haufen da, das, was traditionell bei SIP zum Einsatz kommt. Nur, dass da oben so ein, bei Web-RTC das Signaling weggelassen wurde. Also das heißt, dass man dann diesen Verbindungsaufbau manuell entgegennehmen muss, in JavaScript-Code, das irgendwie über Web-Sockets oder so an den Server schicken und dass der letztendlich im anderen Browser landet. Und dann können diese beiden Browser tatsächlich peer-to-peer miteinander sprechen. Also sowohl Mediadaten als auch beliebige Datendateiübertragung. Ist schon ganz spannend, aber ich finde es nicht so geil, dass man dann immer noch so einen Server braucht. Das erzwingt dann auch HTTPS und diese ganze Zertifikat-Kopfschmerzen und ist trotzdem nicht so richtig sicher, weil diese Zertifikate der eigentlichen Media-Stream-Verbindungen nicht geprüft werden. Und also es wäre technisch möglich, das sicher zu machen, aber es ist mehr so Pseudo im Moment. Und das Hauptding, was mich als Hardware-Namen-Entwickler eigentlich wurmt, ist, dass es unglaublich ineffizient ist, diesen ganzen Browser rundherum, um das eigentliche Ziel, die Videotelefonie, laufen zu lassen. Und der Browser auf, zumindest auf nicht-Android-Plattformen, nichts von Videobeschleunigung weiß. Und das jetzt für mich so auch nicht ohne weiteres möglich ist, in den Chrome-Code reinzugehen und das da mal nachzurüsten. Ja, also man macht sich so ein bisschen abhängig von den Browser-Entwicklern, finde ich, wenn man sagt, es ist mir zu schwierig, Media-Anwendungen zu programmieren. Das ist halt für unseren Ansatz nicht ideal. Ich bin dann irgendwann auf so eine Software gestoßen, die nennt sich Bersip. Das ist eine minimale SIP-Implementation, also quasi der Standard für Internet-Telefonie und Videotelefonie. Und ja, sehr schön geschrieben, so alles in C-Code, basiert auf einer eigenen Library für diesen SIP-Kram, den es mitbringt. Und man kann relativ einfach Module schreiben für Videokodex oder neues Ausgabemodul. zum Beispiel für das Raspberry Pi. Das habe ich gemacht und deshalb kann man das jetzt schon so ungefähr benutzen. Das verbleibende Problem ist, nachdem Webcam und Video ging, sich der Tonübertragung zuzuwenden. Und das ist tatsächlich nicht so einfach bei so einem Z-System wegen diesem Echo-Problem. Also das heißt, ich habe hier so einen kombinierten Lautsprecher und Mikrofon und normalerweise würde jetzt das Mikrofon alles, was der Lautsprecher wiedergibt, aufnehmen und der andere würde das hören als Echo. Das ist unglaublich nervig und unterbindet sofort jede Konzentration für jeden, der das schon mal erlebt hat. und wenn das beide haben, dann kann sich das auch gegenseitig hochschaukeln zu so einer Feedback-Schleife. Das klingt dann ungefähr so. Also, mit der wisst, wovon ich spreche, das ist ein Problem, was gelöst werden muss, bevor man sich darüber unterhalten kann. Wenn man nicht jetzt so ein Richtmikrofon nehmen will, das heißt dann, man sieht jemanden im Fenster, muss dann das Mikrofon nehmen, um zu dem rüberzurufen, Hallo, ist da jemand? Das ist irgendwie doof und hat mit der natürlichen Kommunikation nichts zu tun. Und das ist ja bis jetzt unsere vorläufige Lösung, diese sogenannten USB-Speaker-Phones zu verwenden, die gleich den Algorithmus zu Echo-Unterdrückung in so einem DSP eingebaut haben. Ja, cooler wäre das natürlich, wenn das, ja, also, das macht schon Sinn, das direkt auf der Soundkarte zu machen, auch wenn das im Prinzip auch in Software geht, aber ich weiß noch nicht so genau, ob das dann auf dem Pi zufriedenstellend funktioniert mit der begrenzten Rechenleistung. und deswegen halte ich im Moment für die optimale Lösung, so eine Art Soundkarte für das Pi zu entwickeln, das auch den limitierten USB-Bus umgeht und eben diese Echo-Unterdrückung mit eingebaut hat. Und ja, so gibt es da noch tausend andere Sachen, die gemacht werden müssten. und ja, wir brauchen Leute, die da Bock haben, mitzuentwickeln. Und ja, vielleicht auch in dieser Idee der Vernetzung von Spaces interessiert sind. Also, das würde schon so allmählich auch was bringen, wenn ihr von einem Konzept begeistert seid, das einfach weiter empfiehlt oder mal in ihrem lokalen Space diskutiert, ob man sowas vielleicht haben will. Vielleicht erst mal nur mit ein, zwei anderen Spaces aus der Umgebung, die man schon kennt. Und ja, jetzt wäre eigentlich der Livestream nach Indien angedacht. Da hat sich auch überraschenderweise vorhin jemand gemeldet. Und ich schreibe dir mal, dass er jetzt versuchen kann, hier mal rüberzurufen. Ja, ansonsten wird das noch über die GPN passieren. Also, Hillhacks ist so eine by the way so eine Hackbase in Indien, wo in drei, vier Wochen, glaube ich, so eine Menge Hacker aus Indien und Europa und aller Welt draußen campen und da irgendwie Coden und Zeug machen. Und das könnte vielleicht ganz interessant sein, sich hier auf der GPN mal mit jemandem da zu unterhalten. Ja, ansonsten, das war mein Vortrag. Hier sind meine Kontaktdaten, wenn da noch irgendwelche Fragen bestehen sollten, vielleicht auch bei der Livestream- oder Aufnahmezuhörerschaft. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald im Fenster. Vielen Dank. Okay, gibt es noch irgendwelche Fragen? Bei den Hack-Spaces muss es schon liegen, was gab es für Entscheidungsprozesse, wurde abgestimmt, ob es gemacht wird oder nicht? Ja, die Frage war, ob es in den Hack-Spaces schon gibt, irgendwelche Entscheidungsprozesse oder Abstimmungen gab darüber. Ja, soweit, ich weiß nicht. Also, ich habe die Dinge einfach dahingestellt und gesagt, es ist zum Testen. Aber das ist auch schon in anderen, ich glaube, im Fabland München zum Beispiel gab es eine sehr kontroverse Diskussion zwischen Leuten, die halt das als Videoüberwachung sehen, was ja irgendwo technisch auch korrekt ist. Es ist so eine Art gegenseitige, bidirektionale Bild- und Tonüberwachung. aber ja, das hängt auch mit der Frage zusammen, wo das Ding genau ist und ja, das wird sich noch zeigen, wie man das diskutiert. Ah, schade. Ja, vielleicht wird es mit LAN auch besser funktionieren als mit dem WLAN. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. Okay, aber ich habe ein Signal aus Indien bekommen, dass sie jede Sekunde quasi jetzt reinkommen müssten. Ja, ansonsten werde ich das Ding noch irgendwo aufstellen. der grüne Koffer ist ja sehr markant wiederzufinden und ja, das wäre es dann von meiner Seite. Ah, da ist noch eine Frage. Die Frage war, wie viel Bandbreite man braucht. Das kommt natürlich sehr darauf an, was man für eine Qualität erwartet. Ich würde sagen, so ein Megabit einzuplanen wäre schon ordentlich und meistens ist es halt deutlich weniger. Also wenn im Fenster auch nichts passiert, geht die Bitrate vom Videocodec auch runter und da hatte ich jetzt im Durchschnitt sage ich mal so 200-300 Kilobit pro Sekunde gesehen. Genau, das hat auch Chatroulette für Hackerspaces kam gerade wieder. Das ist quasi der Default-Modus. Man schaltet das Ding an und es wird irgendeine Verbindung hergestellt. Aber man kann auch gezielt Spaces anrufen. Ja? Ja? Ja. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Entweder künftig warum der Prozess abläuft und verschiedene Websele nicht über Genden hat. Ah, okay. Die Frage war wie dieser Peering Prozess in dem VPN funktioniert. Es gibt einen initialen Server, zu dem sich alle zuerst verbinden. Der ist im öffentlichen Internet und der sorgt dann für die Vermaschung der einzelnen Knoten untereinander und dann könnt ihr in der Regel auch direkt miteinander kommunizieren. Vielen Dank fürs Zuhören. 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 Zuhören.